Die Nerassuri haben bislang noch nicht überzeugt in der Liga. In der Königsklasse bedarf es einer riesigen Leistungssteigerung gegen die Spurs. Inter Mailand und die Tottenham Hotspur eröffnen die Champions League Saison. Goal und Junibet präsentieren die besten Quoten. Matchquoten Junibet FC Internationale 2.80, unentschieden 3.25 Tottenham 2.65 vor allem in der Offensive happert es bei Inter. In zwei Ligaspielen blieb das Team von Luciano Spalletti ohne eigenen Treffer. Top-Torjäger Mauro Icardi kam bei der Generalprobe, der 0-1-Niederlage gegen Parma, erst in der zweiten Hälfte. Der Argentinier soll gegen die Spurs die nötigen Tore bringen. Trifft Icardi gegen die Engländer, steht die Quote bei 2.70. Gegen die Offensive starken Spurs dürfen die Italiener aber nicht nur den Vorwärtsgang einlegen. Die Defensive muss stimmen. Kassieren die Hausherren kein Gegentor, liegt die Quote bei 3.50. 18. September 2018, 18.55 Giuseppe Meazza Stadion, Mailand nach der Niederlage in der Premier League gegen Liverpool steht für Tottenham die nächste schwere Probe bei Inter Mailand auf dem Programm. Es ist immer gut nach einer Niederlage gleich wieder zu spielen, sagte Spurs-Coach Pochettino vor dem Champions-League-Auftakt. Die letzten Duelle beider Klubs in der Königsklasse waren 2010 spektakulär. Im Heimspiel setzte sich Inter mit 4 zu 3 durch, in London siebten die Spurs mit 3 zu 1. Fallen erneut mehr als 4 Tore im Spiel, steht die Quote bei 3.75. Inter vs Spurs mehr als 2,5 Tore im Spiel, Quote 2.06. Tottenham gewinnt 3 zu 1, Quote 19.00. Untertitelung des ZDF für funk, 2017